Ja, ich hoffe erst mal, dass die Halle voll ist. Also ich muss sagen, es war schon echt traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Spiele in Trondheim waren, von der Atmosphäre. Jetzt unabhängig davon, ob es deutsche Zuschauer waren oder andere Nationen, es war schon fast ein Totentanz emotional. Also jetzt nicht von uns als Mannschaft, auch innerhalb der Halle. Und deswegen freue ich mich einfach, dass die Halle hier voll sein wird. Ich hoffe, dass viele Deutsche da sind und deswegen freuen wir uns sehr auf die Spiele. Aber ich denke, das wird jetzt nochmal eine andere Hausnummer hier in Österreich. Von den Spielern sind glaube ich viele Freunde, die Familien alle da. Was natürlich nochmal einen extra Schub, Motivation gibt. Und wir sind jetzt alle heiß darauf, dass die Hauptrunde endlich losgeht. Und ja, wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen. Ich glaube, jetzt gilt es einfach mal auch mit Leistung zu überzeugen. Ich glaube, gerade wir Deutschen profitieren schon sehr von unseren Fans, weil wir ja gerade auch eine Mannschaft sind, die über die Emotionen kommt. Deswegen erhoffe ich mir schon einen großen Push, der dadurch kommen könnte. Und ich glaube, das ist auch an der Zeit, das jetzt auch auf die Platte zu bringen.